Dieser Ford Tourneo mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Van ist fünftürig, bietet Platz für 8 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van besticht durch sein hochwertiges Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, elektrische Sitze, ESP, Navigationssystem und noch vieles mehr. Der Diesel hat eine Leistung von 155 PS und wird über ein 6-Gang-Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 34.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Bester Preis